Jean-Améry, der neue Antisemitismus, gesprochen von Axel Wostry. Mit einem Vorwort von Irene Heidelberger-Leonard, gesprochen von Beate Himmelstoß. Es gibt in Stuttgart, Heimstätte von Jean-Amérys Verlag Klett-Kotter, einen Jean-Améry-Weg. Auf dem Straßenschild steht geschrieben, Jean-Améry, Hans Mayer, 1912 bis 1978, Schriftsteller und Verfolgter des Naziregimes. Als sich der Stuttgarter Gemeinderat 1987 zu dieser Namensnennung entschloss, wollte er damit zum Ausdruck bringen, dass der einst aus dem deutschsprachigen Raum Vertriebene neun Jahre nach seinem Tod zu einem festen Bezugspunkt in der deutschen Öffentlichkeit geworden war. Dieser Schriftsteller, der sich zu Lebzeiten schon als Anachronist verstanden hatte, hat sich im Nachhinein als ein Kritiker erwiesen, der seiner Zeit 50 Jahre voraus war. In seinen Essays formuliert er Gedanken, die nicht nur vom Historikerstreit 1987 und von der Walser-Bubes-Debatte 2000 schon längst eingeholt wurden, sondern gerade heute mit dem rasanten Aufstieg der AfD und erst recht mit dem Gaza-Krieg gegen den mörderischen Angriff der Hamas mehr denn je im Zentrum der deutschen Debatten stehen. Die Frage nach der Einzigartigkeit des Judäozids, nach deutscher Identität und nach altneuem Antisemitismus. Die Aktualität der in diesem Hörbuch vorgestellten Essays ist geradezu erschreckend. Diese Aufsätze, die Amerie zwischen 1969 und 1976 verfasste, erwecken den Eindruck, sie seien eigens für den heutigen Tag geschrieben worden. Sie lesen sich als Warnung an das Deutschland von heute, wo die Juden sich, wieder einmal, nicht mehr sicher fühlen. Wie konnte es dazu kommen, dass derselbe Jean Amerie, der sich noch Jahre nach seiner Befreiung geschworen hatte, nie mehr deutschen Boden zu betreten, binnen kürzester Zeit zum Liebling der westdeutschen Medien aufstieg? Es waren die Frankfurter Auschwitz-Prozesse von 1963 bis 65, die ihn dazu drängten, sein Wort in die Waagschale zu werfen. Sein Auschwitz wollte er erzählen. Und als sich im Februar 1964 mit dem Dichter Helmut Heissenbüttel die Gelegenheit ergab, für den Süddeutschen Rundfunk zu schreiben und zu sprechen, ergriff er, freudig, wenn auch nicht ohne schlechtes Gewissen, die Gelegenheit. So blieb es, bis Jean Amerie den Weg ins Freie ging. Helmut Heissenbüttel blieb dem neuen Freund bis zu dessen Tod engstens verbunden. Und weil Ameries erste fünf Essays, die er in der Publikation »Jenseits von Schuld und Sühne« 1966 bündelte, im bundesrepublikanischen Literaturbetrieb derart einschlugen, meldeten sich auch der Westdeutsche, der Norddeutsche und der Bayerische Rundfunk. Auch das Interesse der großen Zeitungen war geweckt worden. Karl Korn, Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und wenig später auch Feuilleton-Chef Karl-Heinz Bohrer buhlten um Amerie. Dieser fühlte sich aber dem Redakteur Wolfram Schütte und der politisch links ausgerichteten Frankfurter Rundschau verpflichtet. Deshalb, aus Loyalitätsgründen, mochte er der FAZ seine Mitarbeit nicht zusichern. Auch Horst Krüger, langjähriger Feuilletonist der Zeit, bekundete sein Interesse. Sie alle rissen sich um den Essayisten Jean Amerie, ganz zu schweigen vom Merkur, für den er mehrere Dutzend Essays und Rezensionen verfasste. Auch seine Schriftsteller-Kollegen meldeten sich zu Wort. Alfred Anders lobte »Jenseits von Schuld und Sühne« als einen Fixpunkt, auf den sich jedes Weiterdenken in Zukunft beziehen muss, als ein Grunddokument unserer Zeit. Der Nobelpreisträger Elias Canetti staunte über den Propheten aus seiner eigenen Leiblichkeit heraus und der österreichische Philosoph Ernst Fischer bewunderte Ameries »Energie des Intellekts«, seine »Distanz im Mittendrinnsein«, dieses »Sagen des Unsäglichen«. Man könne von ihm »die Kunst« lernen, wie man Aufrichtigkeit, »Understatement«, »Verflechtung von Erlebnis und Erkenntnis« zur Prosa ersten Ranges konzentriert. Adorno rühmte ihn, weil er »die Veränderungen in den Gesteinsschichten der Erfahrung« in einer geradezu bewundernswerten Weise zum Ausdruck bringt, und Ingeborg Bachmann setzte ihm noch zu Lebzeiten in ihrer schönsten Erzählung »Drei Wege zum See« ein Denkmal. Anderschs Prognose hat sich bewahrheitet, denn Fixpunkt zum Weiterdenken ist Jean-Amerie allemal geblieben. Nicht nur W. G. Sebald lässt sich in »Austerlitz« 2001 von ihm inspirieren, auch für Imre Kertes wird er Anfang der 90er Jahre zu einer Offenbarung. Und in der Tat, Grunddokument, ja Grundlagentext des laizistischen Judentums, nicht nur für unsere Zeit, sondern vor allem für Amerie selbst, ist sein Aufsatz »Mein Judentum« geblieben. Zurecht bildet er auch den Auftakt dieses Hörbuchs. Von »Mein Judentum« leitet sich auch Ameries Stellung zum Antisemitismus und zum Zionismus ab. Er spricht vom »Jude-Sein« und nicht vom Judentum. Bewusst formt Amerie diesen Neologismus. Es geht ihm um das historische, politische und ethische Existenzial des Jüdischseins, nicht um eine Religion. Die Analyse seiner eigenen Identitätsbildung und Findung bietet sich auch als Modell an für andere Varianten von historisch-gesellschaftlichen Fremdbestimmungen, denn nur als solche erkennt Amerie den Juden in sich. Sie hörten eine Hörprobe aus »Der neue Antisemitismus« von Jean Amerie, gesprochen von Axel Wostry, mit einem Vorwort von Irene Heidelberger-Leonard, gesprochen von Beate Himmelsstoß. Weitere Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de. Beate Himmelsstoß Beate Himmelsstoß